Hallo meine Lieben, heute kommt ein Frage-Antwort-Video von uns, von Family Fun, die fünfte schon. Und zwar habe ich ja die Fragen über Snapchat gestellt. Ich habe viele Fragen gescreenshottet und habe sie auf meinem Handy. Die Namen werden wir nicht einblenden, von wem die Frage kam, weil 80% wollten das nicht. Die allererste, wichtigste Frage, was so oft gekommen ist, wie alt seid ihr, wann seid ihr geboren? Beantworten wir es mal. Also ich habe Geburtstag am 19. Januar, bin 41 geworden. Nein? Ich bin 6 und am 23. August bin ich 6 geworden. Ich bin 46 Jahre alt und habe am 20. April Geburtstag. Ich bin 15 Jahre alt und habe am 6. Juni Geburtstag. Genau. Also, jetzt können wir schon mal weitermachen. Die erste Frage, was ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist, wie schafft ihr den Alltag mit YouTube? Na ja, es ist im Grunde genommen jeden Tag fast das Gleiche. Wir drehen jeden Tag so 2, 3 Videos. Manchmal gibt es auch einen Tag, wo man keine Lust hat, dann macht man halt mal keins. Also wir brauchen ja in der Woche 10 und teilen uns das halt dann auf. Manchmal gibt es 2, 3 Videos, manchmal eben keins. Die Mama macht die Kommentare über den Tag über Snapchat, Instagram und so weiter. Und ich schneide halt und mache das ganze außenrum, das organisatorische E-Mails schreiben und so. Okay. Da steht, fahrt ihr in den Urlaub? Wenn, dann wohin? Äh, entweder. Nicht entweder. Cihan wolltest du gerade sagen? Sag es einfach. Nach Italien, nach Venedig. Genau, campen mal wieder. Mit einer befreundeten Familie, die werden wir dann auch sehen in den Blogs. Und ich fahr vorher noch 10 Tage nach Schottland mit meinem Freund. Genau. Die nächste Frage kommt an Milei. Da steht, Milei, magst du die Kleidungsstücke von Ilkay oder Alno mal anziehen? Oder gefallen die dir? Als sie mir gefallen ziehen? Ich habe einmal von meiner Mama ein T-Shirt oder ein Kleid genommen. Da habe ich es angezogen. Und ich bin im Bildung von meinem Papa und habe es vorgestellt, dass ich Mamas Kleid angezogen habe. Mhm, das ist ein großer. Genau. Die nächste Frage ist auch wieder sehr oft gekommen. 70% haben sie gestellt. Wie seid ihr auf YouTube gekommen? Das muss ich sicherer beantworten, weil ich das natürlich angefangen habe. Milei hat zu der Zeit Tapp geschaut. Amerikanische Videos überwiegend über Playdew und Überraschungseier. Ich habe da dann reingeschaut und habe mir einfach gedacht, das kann man doch in Deutsch genauso gut machen. Und so fing das Ganze an mit Playdew, Überraschungseier. Und Milei kam dann ein Dreivierteljahr später dazu und dann waren wir vor der Kamera. Ja, dann habe ich gesagt, Papa, ich mag mitmachen. Ich will auch mit Knete machen und auch nicht schauen. Und auch nicht amerikanische Süßigkeiten machen oder halt machen. Und dann wollte ich halt immer nicht mitmachen. Nächste Frage ist, werdet ihr oft angesprochen? Werdet ihr erkannt draußen? Wird Cihan und Milei in der Schule angesprochen? Die erste Frage sage ich mal, wir werden draußen oft erkannt. Das stimmt. Wir gehen raus. Also am Tag, wenn ich jetzt unterwegs bin, bestimmt eins oder zwei Kinder oder auch Mamas Eltern, die uns ansprechen. Und das in der Schule, Cihan? Ähm, also ich werde in der Schule, wurde ich noch nie angesprochen. Also außer jetzt, abgesehen von den Leuten, die ich kenne, wurde ich sonst noch nicht angesprochen. Ich werde auch eher öfters draußen angesprochen. Zum Beispiel heute habe ich auch mehrere Gruppen. Genau, Cihan war mit dem Bus unterwegs, die haben schon in den Kommentaren geschrieben. Wir haben heute Cihan gesehen, einige haben sich getraut, einige nicht. Milei, bist du in der Schule angesprochen? Ja, sehr oft. Manche sagen immer, das gehört Baby Milei. Und dann immer, wenn ich von denen schon war, sagen die, hallo geht Baby Milei. Und ich habe schon, es haben mich fast schon alle aus der Schule erkannt. Fast alle. Genau. Dann fragt eine, wer von euch mag Justin Bieber oder Bibi? Also, was heißt mögen? Ich kenne sie zwar, aber muss sie nicht mögen. Ja, sie ist halt gut in dem, was sie macht. Egal, ob man sie jetzt mag oder nicht. Sie ist einfach eine der besten deutschen YouTuber. Natürlich schon so ein bisschen ein Vorbild in der Art, wie schlau sie es einfach macht. Ja, und Justin Bieber hat ein paar coole Lieder, aber mögen tue ich ihn nicht gerade. Magst du Baby Milei? Eigentlich gucke ich sie fast immer. Sie macht zwar zwar ein paar coole Videos, aber mir gefällt halt immer, wie sie in den Urlaub fährt und so. Aber ich mag sie schon eigentlich. Aber... Ja, und du? Passt die Justin Bieber oder Bibi? Bibi mag ich jetzt nicht so. Aber Justin Bieber schon. Okay. Ah, so. So, was war euer bester Urlaub? Meine war Florida vor wie viele Jahren? Acht Jahren? Mein, unsere Flitterwagen. Was war euer bester Urlaub? Ah, ein paar Worte essen. Ja, auch die Urlaube in den USA, Florida sind immer schon besonders. Ich hoffe, mein bester Urlaub kommt jetzt dann nächste Woche. Okay. In Schottland. Deine? Du, Ari. Ich war noch nicht immer im Traumurlaub. Ich will unbedingt nach Amerika. Okay, du? Mein bester Urlaub war in... Es waren zwei, wo wir in Berlin waren, beim Bibi Blocksberg. Mhm. Und das andere war die Italien. Okay. In die wievielte Klasse gehst du, Miley? In die ersten. Ich komme nach den Ferien, in die zweite. Die sind jetzt bald am Freitag. Okay. Spielt ihr Pokémon Go? Ich nicht. Ja, ich nicht. Ich schon. Tja, wie immer. Einu, stellst du dir vor, noch ein Kind zu bekommen? Oder Robert? Oder habt ihr noch ein Kind in Planung? Nein. Nein, haben wir nicht. Wieso? Nein, nein, nein. Das reicht, drei Kinder. So viele Nerven habe ich mich nicht. Ja, das reicht schon wieder. Noch eine Schwester. Nein, hört sie bitte auf. No chance. Will ich nicht. War Miley euer Wunschkind? Ja, meins auf jeden Fall. Ja. Meins nicht. Ich wollte ein Mädchen haben und unbedingt und es hat auch funktioniert. Ich hätte eine andere Schwester gewöhnt. Einer hat geschrieben, Lieblingsfarben. Miley? Pink. Schwarz. Lina. Rot. Schwarz. Kamouflage Farben. Okay. Farben für die Kacke. So. Eher Erdtöne. Und dann hat einer geschrieben, eine Türkin, Gala oder Fener. 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 Gala kommt bei uns nicht rein. Sorry. Ich meine das nicht. War mir jetzt nur Spaß. Mama sagt, sie ist Fener-Fan, aber sie kennt Kacke. Muss ich ja nicht. Von früher halt noch. Könnt ihr bitte ein Vlog im Garten mal machen mit der ganzen Familie? Ja, wo wir grillen und so weiter. Achso, ja, machen wir bestimmt mal. Okay. Türkisches Video mit deutscher Übersetzung. Kommt schon oft. Türkisch-Deutsch-Video. Da verstehe ich nichts. Ja, das soll ja ein lustiges Video werden. Mach ich da nicht mit, weil ich verstehe nichts. Habt ihr Haustiere, hat eine geschrieben. Ja, ich hätte gerne Hund. Nein, grüß dich nicht. Die haben zwei Kater. Mäuse, Asseln, Kakerlacken. Was? Mäuse haben wir öfters mal von den Katzen. Nee, ich meine, also wir haben zwei Katzen. Nein, also wir haben zwei Katzen, Smoke und Silas. Silas ist ja der dunkle und der Helle ist ja Smokey. Und wir haben immer Ratten, Vogel, Kacke oder halt tote Vögel oder tote Mäuse hier drinnen. Oder Mäuse noch leben und da und hier rumrennen. Und dann die nächste Frage, ob wir Instrumente spielen. Wie lange sind Einer und Robert zusammen? Acht, äh, vier Jahre. Wann, zeigst du auf mich, es werden jetzt, es werden zehn Jahre. Zehn. Zehn Jahre, zehn Jahre. Zehn Jahre, Silas. Da steht, wenn ihr Hater hättet, wie würdet ihr reagieren? Ich pfeife drauf. Wir haben jetzt auch schon Hater, so ist es nicht. Was ist das? Ähm, stört uns nicht wirklich. Was sind Hater? Genau. Die Leute, die die mögen. Genau. Könnt ihr mal eine Roomtour machen? Wir haben schon einige. Ich würde eine machen, wenn ich das neue Zimmer bekomme. Wenn Mila ein neues Zimmer bekommt, wenn der Hakan mal auszieht, dann machen wir eine Roomtour von seinem Zimmer. Genau. Oder ich in seinem Zimmer, dann war der irgendwie dann mein. Dann war die nächste Frage an mich, das war so cool. Wenn du dich entscheiden könntest, einen, wen würdest du nehmen? Milei oder Jiha? Für wen würde ich mich entscheiden? Also, ihr Lieben, eine Mama würde, nein, eine Mama würde nie für ein einzelnes Kind entscheiden, wenn sie mehrere hat. Also, ich würde, das würde ich gar nicht machen. Die Entscheidung würde ich gar nicht gestehen. Aber meistens mag sie eh hau. Ja, ja, hört sie auf jetzt. Ach, das ist schlimm, wenn man drei Kinder hat. Wie lange wir noch YouTube machen werden? Bis ich, 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 bis ich eine Oma bin. Okay. Ob wir Musikerli, spricht man auch so aus, haben. Ja, Leute, seit zehn Tagen, seit einer Woche haben wir es. Family Fun, Fun heißen wir dort. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich halte davon nichts. Jiha halte davon nichts, aber Mila macht das ab und zu. So, Hobbys, habt ihr Hobbys? Fußball. Ich habe gar kein Hobby gerade. Ich habe auch keine Zeit für ein Hobby, wenn ich ehrlich bin. Habe ich keins. Ich habe viele Hobbys. Ich lese eigentlich gerne, aber ja. Was hast du? Ja, gut, zu denen, wo man Zeit braucht, das schaffe ich auch nicht mehr. Aber ich, ja, Politik interessiert mich für viele, Offroad, Survival, so Sachen halt. Also nicht aktiv machen, kaum, aber so lesen und Filme schauen und was weiß ich. Also, ich mag es, wenn es als mein Hobby ist, Filme zu gucken. Wahrscheinlich. Baby und Tina. Ja. Und Fahrrad fahren, mit meiner Freundin Chiara spielen, die in 5, 3, 2, 3 dabei war. Ein paar kennt sie vielleicht noch. Okay. Und, ja, in der Schule mit meinen Freunden, Beispiel. Meine Finger sind gleich ab hier. Okay. Die nächste Frage ist immer wieder gekommen, könnt ihr mich grüßen? Also, mit grüßen haben wir schon oft gesagt. Wir haben so viele Abonnenten. Die Anfrage ist so groß, wir schaffen grüßen nicht mehr. Also, es funktioniert nicht. Wir würden nur noch grüßen in den Videos. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie Spaß macht den anderen. Deswegen haben wir grüßen abgeschafft. Ja, es geht einfach nicht. Weil wir mussten schon tausenden absagen. Und wenn wir das jetzt anfangen wieder, in einem Video eine Person grüßen, kriegt man sofort 100 Anfragen. Und dann müsste man bei jedem Video ganze Listen immer vorlesen, mit 20, 30 Namen drauf. Und das ist wirklich nicht interessant, denke ich mal. Wenn wir vorher einen Haufen nachlesen müssen. Bei uns klingelt es gerade an der Haustür. Wir müssen uns schnell... Wie immer halt im Video. Nächste Frage, was wollen Milay und Jihan mal werden? Später? Ich will Profi-Polizei werden. Okay. Das hat sie eh noch von mir. Ne, das will sie schon lange. Polizist. Polizist. Die nächste Frage ist, Fan-Treffen in Österreich und Schweiz. Schweiz? Ihr Fremd-Schweizisch. Im Grunde genommen wollen wir natürlich überall mal hinkommen. Es muss halt auch passen. Also wir fahren nicht wegen zwei oder drei Stunden Fan-Treffen 500 Kilometer weit. Wenn wir da irgendwas zu tun haben oder Videodrehs oder geschäftlich unterwegs sind, dann verbindet man das halt immer mit einem Fan-Treffen. Wird sich schon mal ergeben. Aber wir sind natürlich dann auch irgendwo in Wien oder Linz oder sowas. Also nicht irgendwo in so kleinen Städten. Ich kann auch Hochdeutsch und Schweizisch. Ich kann alle so noch, dass ich es noch weiß. Das war jetzt wie der Schweiz noch Österreich. Also nächste Frage war, welches deine Kinder zuerst geboren ist? Natürlich der Hakan. Kennen ja viele schon. Beauty and the Beast. Und dann ist die nächste Frage, können Sie mal auf Snapchat Fans anrufen? Das habe ich einmal versucht zu machen. Keiner ist herangegangen. War toll. Haben wir gedacht, jetzt überrascht Sie mal. Geht keiner hin. Ich werde es irgendwann mal wieder angehen. Und am Abend nimm mir da immer so halbe Stunde Zeit und ruf die Fans an. Aber überraschend. Also ich gebe das nicht bekannt. Nein, ich überrasche sie einfach. Hat Miley sich schon mal die Haare gefärbt? No, ich will schon mal blond werden. Wann bin ich eigentlich blond? Blond ist meine Haarfarbe. So. Wer ist am tollpatschigsten von euch? Miley. Jeden zweiten Tag fällt ein Glas vom Tisch bei uns. Also das kann nur Miley sein. Also das kann nur Miley sein. Okay. Hat Cian einen eigenen Kanal? Nein. Würdest du eins wollen? Ja. Und wann? Wenn ich schneiden gelernt habe. Genau, das kann noch einige Zeit dauern. Also noch nicht früh drauf freuen. Cian ist ja bei uns mit dabei. Nein. Gibt es einige Tage, wo Miley und Cian keine Lust haben, Videos zu drehen? Ja. Ja, ich habe zwar öfters keine Lust, aber wenn ich sagen, Reh macht es Spaß. Genau. Was denkt ihr, wie viele Abos ihr noch klickt? 100, 300 Millionen Tausend. Schwierig zu sagen. Im gleichen Zeitraum beziehungsweise würde ich lange mehr weitermachen. Am Jahresende werden wir 250.000 haben mit Killed Baby Millay. 150.000 schätze ich mal mit Family Fun und dann schauen wir halt, wo es noch hingeht. Und dann haben wir den goldenen YouTube-Button. Der dauert noch bald kommt unser zilberner Button für Family Fun. Wie anders? So Eli, jetzt haben wir einige Fragen oder viele Fragen schon beantwortet. Das Video wird wieder lang. Wie gesagt, Fragen auf Snapchat oder Instagram beantworte ich gerne, wenn ich Zeit habe oder wen ich sehe oder was auch immer. Es kommt immer was zurück von uns. Und wenn man nicht was zurückkommt, bitte nicht böse sein. Und ich freue mich auf eure Fragen oder auf eure Snaps und was weiß nicht. So, das war's. Die zwei werden hier schon unruhig. Die muss man schon wieder trennen hier. Weg, Cian und Millay auseinander. Und ich freue mich auch wieder Hause. Untertitelung des ZDF, 2020